Nee, nicht mitmachen, okay. Wir sind im Moment zu dritt nur drin. Aber ich finde, die hätten so sagen sollen, Leute ab Erfahrungsschufe 60, 70, die können nicht ins Standard rein. Die müssen Profi spielen, weil es ist halt voll unfair. Ja, ist es auch. Spielst du denn selbst auch Splatoon? Eki, oder? Dann schreibt mal nicht an Gelsengaming die PN, sondern an den hier. Dann bekomme ich das auch mit. Ich bin auch nicht gut in dem Game. Ich putze nur. Ja, wie viel habt ihr gerade mal gespielt? Zehn Stunden, 15 Stunden? Länger oder auch noch nicht. Aber es macht mega Spaß. Ja, das stimmt. Ja, wenn man jedes Mal so einen auf Sack kriegt, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Aber das ist ja bei uns nicht so. Nö, das stimmt. Quark, 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 quark. Warum hat der jetzt schon wieder den Chat gelehrt, Marcel, im Stream? Ich war das. Warum? Ich war das. Ich hab, äh, immer wenn ich was am Overlay ändere, dann... Was hast du denn geändert? Und das Speicher, dann lädt der neu. Was hast du denn geändert? Äh, der... Preußrahmen, der nervt mich. Okay. Der ist ganz bündig. Wie ist der das? Ich lege sie mir gleich mal durch, äh, Ekiya. Nach der Runde. Ach, ich hab doch... Ach, Mann! Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass ich den Stempel hab und nicht die Artillerie, ey. Oh, Scheibe. Ich hab zu wenig Zimte. Ich lauf einfach durch. Wieder ein... Ach, du bist eingeschlafen? Ich dachte, du hättest dich zum Frühstück fertig gemacht, Nina. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Hallo, Nina. Lisa hat dich schon vermisst, jetzt schon nach dir gefragt. Ja. Ich hab den Stempler gesucht, doch. Geduld ist eine wichtige Tugend, sagst du? Ja. Wenn man da mal ein bisschen mehr von hätte, dann wird einiges einfacher sein. Das stimmt. Oh, nein! Oh, das gibt es nicht. Die da einfach in der Tinte gechillt hat und mich aufgeklatscht hat. Yay. Scheiße, jetzt ist der hinter mir, das ist schlecht. Ich muss hier weg. Nein, das ist der Stempler. Der Stempler. Aua! Oh, nein. Nee, ich wollte mich fertig machen und bin eingeschlafen. Okay. Nein. Nein. Oh. Nein. 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 Ich seh schon da oben. Die beiden, die beiden Xe. Die Reddy macht wieder nur sauber. Töte ihn. Ja, mach ich auch. Töte ihn. Wo immer. Ah, der tötet uns. Rechts. Hilfe. Ich hasse es, wenn die sich rollen. Ah. Dann kriegst du halt meinen Stempel ab. Ich hab den auch abbekommen. Oh, ich hasse es, wenn die sich rumrollen. Hört auf euch zu rollen. Weil ich krieg immer direkt Panik, wenn ich seh die Rollen sich, ne? Dann treff ich gar nichts mehr. Weil ich rumpanicke. So. Und das hab ich auch geplättet. Wie kann... Das sind was... Achso. An die Nina war das. Ha. Hab dich. So, jetzt kommt... Wer ist das Opfer meines nächsten Stempels? Hä? Kommt schon. Traut euch. Ha. Du. Das ist so gar nicht Psycho, Marvin. Oder auch nicht. Nicht getroffen. Das ist so gar nicht Psycho. Was er tut. Da haben wohl so allen ziehen eingepennt. Einfach plattgemacht. Ich sag dir wie, nur noch einmal ganz kurz die Augen zu machen. Nur 5 Minuten die Augen zu. Und dann... Funktioniert das. Ey, wir haben gewonnen. Wup, wup. Ja, endlich mal wieder gewonnen. Ich will das jetzt fixen. Was soll ich so fixen? Was schürt dich denn da? Achso, dass da links noch so ein... Ja, dass es nicht bündig ist. Ja. Achso, ich wollte ja lesen. Stimmt. Mh... Affektion. Hä? Na, jetzt bist du raus. Sollen wir rausgehen? Achso, wie drüge ich noch eins. Ich will das. Achso, dann bleibt drin. Aber jetzt machst du dich fertig. Oh. Na schön. Schade, schade. Hast du was zu trinken bei dir? Ich hab mir den Link... Ich hab mir das mal abgespeichert. Äh, ich lass euch aber noch laufen. Danke für den Lurk, Nishine. Nina, danke schön. Ich spreche das hier mal ab. Eki, ne? Und dann melde ich mich mal bei dir. Aber hört sich so erstmal ganz gut an. Aber müssen wir absprechen. So. Düb-düb-düb. So, das nächste Mal Nina, spielst du mit Splatoon? Ja. Dann spielen wir, dann ist unsere Vierergruppe aktiv. Ah, hab ich ihn noch erwischt? Wollt ihr mich mit dem Tippenstock aus dem Stempel holen? Boah, hab ich da Glück gehabt. Schade, dass die Ulti nicht so lange dauert, ey. Eigentlich könnte die Ulti schon mal so die ganzen drei Minuten übergehen, oder, Lisa? Das wär schon nice, ne? Das wär schon nicht schlecht. Hilfe! Bis später wieder dabei, das hört sich gut an. Leider bin ich da etwas im Zeitdruck. Einmelsschuss war eigentlich gestern, aber wir brauchen wirklich noch ein Team. Wann ist das denn, von wann bis wann? Also, Datum. Weil Marcel, die Eki hat gefragt, die machen einen Splatoon-Termin im Turnier und wollten fragen, ob wir da mitmachen. Boah! Marcel, hörst du zu? Äh, ja, ich hör zu dem Turnier. Hättet ihr da Bock drauf? Ja, aber wir werden die Ersten, die rausfliegen. Ja, ja, sicher werden wir die Ersten, die rausfliegen, aber das ist ja nicht schlimm, wenn sie noch ein Team, wenn sie noch ein Team brauchen. Ja. Na, wie lange geht das ungefähr und wieviel Uhr fängt das an? Also, da stand in der Nachricht stand zweitägig, aber ich weiß jetzt nicht, da wird wahrscheinlich nicht den ganzen Tag gehen. Ah, die sind bei uns, verdammt. Ne, sind die nicht. Einfach platt gemacht. Schon total verzahnt. Schon total verzahnt. Und wenn die Nina da Bock hat, dann hätten wir auch unser viertes Team-Mitglied, wenn die Nina da Zeit und Lust hat. Waaah! Wo kommt ihr denn her? Oh, nee, nicht von oben. Och, Mann, ey. Das wird ja auch gut passen. Ich wollte ja an dem Tag den 18-Stunden-Spiel machen, da wollte ich ja eh im Splatoon spielen. Ja. Ja. Kleiner Penner. Nein, hör auf dich rum zu rollen. Ich hasse es. Boah, ey, das gibt's nicht. Die Satz-Rennen, ne? Da ist er, hab ihn. Ich wusste, dass er noch irgendwo da sein musste. Sehr schön. Das ist das Wochenende, wo ich frei habe, ne? Lust auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Dann hätten wir mit der Nina da, mit der Nischein auch schon unser viertes Team-Mitglied. Das wäre cool. Ja, ich glaub, ich hab das Wochenende da frei. Hast mir noch ne PN geschickt? Ja. Ach, da sind die Zeiten. Um 14 Uhr laufen Gruppe 1 und 2 und um 18 Uhr Gruppe 3 und 4 austragen im Stream. Zeigen wir dann Gruppe 1 und Gruppe 3. In welcher Gruppe ihr seid, erfahrt ihr dann in der Auslosung. Um 20 Uhr am 24.01. Um 20 Uhr. Gleiches... was? In welcher Gruppe ihr seid, erfahrt ihr dann in der Auslosung am 24.01. Um 20 Uhr. Okay. Das gleiche Spiel gilt dann auch für den 31.01. Also immer so 14 und 18 Uhr. Ich würde gerne mit dem machen dann. Ja, soll er uns eintragen? Ja. Nina, was sagst du? Machen wir da mit? Ich bin dabei, Nina. Und wir gucken, was die Nina schreibt. Und wenn die Nina sagt, ja, sie wäre auch dabei. Sie hätte Lust und Zeit, dann sind wir dabei, Ilki. Klaro, dann trag uns ein. Machen wir mit. Das ist schon mal gut. Ja, wir machen gerne mit. Wir wissen... Also wir machen gerne mit. Ist ja nicht schlimm. Dann sind wir dabei. Wie heißen sie denn auf Discord? Würde die letzten... Ja, 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 schau ich gleich. Und vielen Dank für deinen Follower. Huch, jetzt auf einmal sagt... Liest ihr das wieder vor? Okay, warum vorhin nicht? Danke für deinen Follow. Nach der Runde gucke ich gleich eben kurz nach dem Namen im Discord. Und dann schreibe ich dir mal meinen Namen. Was, Marcel? Oh! Du bist voll leise auf einmal, Marcel. Ja, ich habe gesagt, ich weiß, warum das jetzt Vollis im Wally nicht. Ach so. Boah, stirb doch! Nicht ich! Mann! Hat Gelsenkirchen eigentlich was mit Gelsenkirchen zu tun? Genau, da wohnen wir. Ja. Wir kommen aus Gelsenkirchen. Richtig. Daher der Name. Huch! Wo schieße ich denn das hin? Quasi um die Ecke. Warum, wo kommst du denn her? Auch aus dem Ruhrgebiet? Tada! Erledigt! Yes! Sehr gut. So, Bochum-Essen oder wo kommst du her? Dortmund oder wo kommst du her? Wenn du das sagen willst, natürlich nur. Ha! Boom! Recklinghausen. Ah, okay. Cool. Das ist echt... Ich wo... Ich arbeite ganz in der Nähe. Ich... Arbeiten tue ich zum Beispiel in Herne. Das ist direkt an der Grenze zu Recklinghausen. Das ist echt nicht weit weg. Ah! Kleckser! Hilfe! Nein! Oh, Mann! Oh, shit! Oh, Mann! Wie das einfach auf mich zugereult kam. Da, der da! So! Tags, hab ich mich gerecht. Nimm das, Reddy! Boom! Hey, was soll das? Jetzt spürt mein Stempel. Boom! Ja, genau. Mach den fertig. Oh, und schnell weg hier. Das sind die richtigen. Mit dem Stempel. Wirst du den Spawn hochstempeln und dann direkt wieder abkommen, wenn der fertig ist. Das sind die richtigen. Boah! Hast du nicht solche Leute? Ich? Nö. So, meiner. Ich schreib jetzt auch mit dem hier. Ist... Äh... Ne, wie wird das gesch... Was, was, was? Das ist erst der Name, Hashtag Zahl, ne? Ja, genau. So. 9, 1, 3, 1, genau. Das ist meiner. Das ist meiner. Oder so. Ja, oder so. E-Key. 0, 0, 5. Anfrage ist raus. Bei mir hat's geklappt? Ja, perfekt. Jo, hab dich. Sehr schön. Dann können wir darüber weiterhin in Kontakt bleiben. Sehr, sehr, sehr schön. Blub, blub. Quark, 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 quark. Döp, 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 döp. So, wieder Gas. Jo, hallo. Jo, Streamer Cup. Da sind wir. Perfekt. Wie heißt denn euer Team? Wie heißt unser Team? Nina, wie heißt unser Team? Ich weiß nicht, wenn Nina mit einverstanden ist, können wir einfach bei Gelsengaming bleiben. Jo, stimmt. Könnten wir eigentlich machen, wenn die Nina nix dagegen hat. Vielleicht hat sie ja einen besseren Namen. Ey, willst du damit sagen, dass Gelsengaming schlecht ist? Ich glaube, bei dir kommen wir. Vielleicht irgendwas mit Welsen. Nix mit Welsen. Nix mit Welsen. Scheiße. Das stempelt der. Wie wäre es mit Inkling Gruppe mit Hightops? Dann bleiben wir bei Gelsengaming, ja. Wenn das okay ist, wenn wir den Namen haben dürfen. Was mit den Stemplern? Die Stempler. Ja genau, nicht die Templer, sondern die Stempler. Loki und ich sind ja wahrscheinlich nicht die Stempler. Ey, hör auf! Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Okay. Ey, die sind zu zweit hier. Die kommen von links von unserem Spawn aus. Genau, Vorsicht. Jawohl, Glück gehabt. Hau ab hier! Oh shit, ey. Boah, der geht mir mit seinen Robo-Bomb auf den Sack, ne? Jetzt bin ich aber wirklich zufrieden. Ich brauche gar nicht. Ah, ja, 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 ja. Hat aufgehört. Oh, oh. Ah, ich muss hier weg! Warum ist hier oben noch nicht eingefärbt? Hallo, ich dachte, die Lida malt alles aus. Ich bin auch gar nicht mehr drin. Ach so, stimmt. Hä, warum nicht? Bist du gerade rausgegangen? Ach so. Ja. Ey, hör auf damit! Danach kann ich auch wieder mit reinkommen. Du bist auch nicht mehr drin? Länger nicht mehr, weil Trittwoller war... Das erklärt einiges. Da stempelt er wiederum. Das sieht so lustig aus, ne? Ich will das auch haben. Also ich glaube, die Kleckswolle, die hat das nicht mit dem Stempel, ne? Ah, die Kleckswolle, weiß ich nicht, ob es da eine Waffe gibt. Also Iki, falls das in Ordnung ist, würden wir einfach bei Gelsen Gaming bleiben, ne? Wir haben verloren, wir haben verloren, wir haben verloren. Was machst du? Jetzt schon einen kleinen privaten Raum für uns. Oh, okay. Ah, okay. Ich sie, ich sie. Danke. Oh. Äh, zanke. Ist das neue, danke. Ach so, dann muss ich rausgehen, ne? Ja, ich warte nämlich schon. Nur noch Person 4 fehlt auf dem Server. Das ist dann bestimmt die Lisa, die fehlt. Jo, das bin ich. Ich muss mal kurz gucken, wie ich weiß. Kut, wird er heiß geiler. Hat es geschmeckt? Selbstgemachte Lasagne hier. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin einmal, solange Marcel und Lisa reinjoin, noch mal kurz auf Toilette. Klar, Nicknack, kannst du ein Level einsenden. Einfach Ausrufezeichen, Add, Leertaste und dann deine Level-ID, dann landest du auch in der Queue, die ich Stück für Stück abarbeite. Das hat jetzt keiner gesehen, oder? Waren das schon? Die haben alle Monde? Ja, ja, ist ja egal. Boah, scheiße. Viel zu früh. Oh, shit. Mann, oh. Das versuchen wir nochmal. Das versuchen wir nochmal. So. Was? Was für eine Verarsche. Habt ihr das gesehen? Das war hundertprozentig der Mond. Alter. Das ist verarsche. Alter. Nee. Das, nee. Nee. Alter, der Mond wird mir gleich teurer als der, den man im Shop immer kaufen kann. What the fuck? So. Ach, ich werf zu früh. Halt doch dein Maul. Ich bin einfach zu doof. Ich bin einfach zu doof. Ein weiteres Röntchen hier, Mann. So, hast du noch gar nicht gegessen. Weihnachtsbaum abschmücken. Ach so. Was ist denn mit Marcel? Sollen wir noch warten? Oder sollen wir schon mal Spieler suchen? Nee, warte. Okay. So, wieder da. Ich hab nur gewartet, bis du wieder da bist, um dir noch ein bisschen zu laden. Okay. Ich muss doch mal ein Ladegeräusch hören. Ja, Discord frisst Akku. Ja, unsere Eltern haben jetzt seit ein paar Jahren auch zwar immer einen Tannenbaum stehen, aber einen künstlichen. Immer wegen den ganzen Nadeln auch immer. Weil immer so eine Sauerei zum Aufräumen waren. Die haben sich jetzt den künstlichen geholt. Der sieht halt echt gut aus. Der war auch nicht gerade billig, aber sieht echt aus wie ein richtiger. Und wenn man den halt ab und aufbaut, dann hat man halt die Nadeln nicht immer überall rumfliegen. Ja. Boah, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Mathe-Genie als Viertes im Team, Marcel. Hört ja nichts. Bist du im Team Stern? Jawohl! Team Stern, natürlich. Aber klar. Vergiss gleich mal bitte nicht das Headset, Marvin. Ich vergesse das Headset. Nie. Ich denke an nichts anderes mehr. Ich denke jetzt ab jetzt nur noch an das Headset, okay? Ja, und wenn ich dann gleich sage chinesische Nudeln, dann denkst du nur noch daran. Dann denke ich wieder nur ans Essen und vergiss das Headset. Wie gestern mit dem Döner, ey. Ja. Du hast mir so Hunger und Bock auf Döner gemacht, dass ich dann gar nicht nur noch an Döner gedacht habe und nicht mehr an das Headset. Toll, habe ich das natürlich vergessen gestern, ja. Das war aber auch mega lecker. Ja, war echt lecker. War gut, war gut, ja. War gut. Stern ist besser als Pilz, sehen wir alle ganz genauso. Das sehen wir auch genau so. Sehr. Ba-bam. Alleine, weil Gabe. Damit hat das nicht zu tun. Gelb, die Farbe wäre der Einzelwund gewesen, weswegen ich das andere genommen hätte. Hat er ja extra gedacht, weil er weiterfiel aus gelten Kirchen kommt. Der will uns, glaube ich, schon ärgern. Der will uns, glaube ich, schon ärgern. Ich stempel dich. Oh nein, die haben auch einen Stempler. Den habe ich jetzt aber schon so zweimal im Stempel geholt. Okay. Der ist nicht gut. Bisschen schwarz-gelber, ja gut. Nobody is perfect, ne? Ja. Nein, wir sehen das nicht so verdrissen. Wir sind, klar, wir wohnen in gelten Kirchen, kommen aus gelten Kirchen, alles mögliche. Klar, wir sind Schalker. Aber kann ja jeder... Ach, eben, Todwein, das ist ja wieder Quatsch. Kann ja jeder Fan von dem sein, was er will. Das ist ja ganz lustig, wenn man... Ich habe viele Kumpels und Arbeitskollegen und Kollegen, die Dortmunder sind. Das ist ja kein Problem. Das ist ja auch irgendwie lustig daran, sich so ein bisschen zu ärgern oder was, ne? Das macht halt auch Spaß, aber dabei soll es halt auch bleiben. Schlimmer sollte es dann halt nicht werden, ne? So sehe ich das halt. Von mir aus kann ja jeder Fan sein von dem, was er will. Also auf meiner alten Arbeit, da waren wir nicht viert in der Abteilung. Loll! Einer war Dortmunder, ich war Schalker und der andere war Wattenscheid-Fan. Wattenscheid! Oh nein! Fehlt nur noch ein rot-weiß Essener. Ja, jetzt auf der neuen Arbeit sind wir alles Schalker, außer einem Bochumer und einem Essener. Entspannter als vorher. Du machst da auch nur Spaß raus, Robot-Liebe. Ja, so muss das ja auch sein. Also sich so ein bisschen ärgern oder mal ein bisschen ärgern, wenn man verloren hat, gewonnen hat, wie auch immer. Das gehört halt dazu. Das ist halt lustig. Aber dabei sollte es dann halt auch bleiben. Oh, jetzt habe ich das erlebt. Na? So, oh, was soll das? Wo kommt der her? Ich habe den nicht gesehen. Und dann haut er seinen Tintenschock da raus. Ich glaube, das wird schon wieder eine erbärmliche Runde. Ja, ja, das haben wir verloren. Aber sowas von. Geh mit deiner Bombe weg. Oh nein. Stempel gegen Stempel. Oh, ich habe gewonnen. Ja! Ja! Der Marvin kommt auch. Der Marvin kommt auch. Geil. Gerade sind wir auch schon aufeinander zugestempelt und haben uns gegenseitig getötet. Jetzt habe ich ihn nur erwischt. Zum Glück. Ich habe auch knapp als gedacht. Ja, 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 ja. Ist okay. Schade. Ist okay. Hartzliebe. Nina mag es Bäume zum Armen oder was? Nee, Nina ist arbeitslos. So. Könnte man auch so verstehen jetzt. Die Hartzliebe. Ich habe direkt an das Baumharz gedacht. Ich habe direkt an das gedacht. Und Nina meinte halt den Hartz. Ja, den Baumharz. Nee, nee. Scheiße. Ja, ich sehe. Vielen Dank.